Hallo und herzlich willkommen hier auf dem Well-Law-Share-Studio-Kanal und es wird mal wieder Zeit für ein Video Community-Thesen. Kurze Erklärung, ich kriege Thesen von der Community, egal zu welcher Sportart bzw. zu den vier Sportarten, mit denen ich mich beschäftige. Fußball, Formel 1, UFC oder NBA und ihr gebt mir die Thesen und ich beantworte, ob die Thesen eintreffen oder nicht. Wenn ihr beim nächsten Video mit dabei sein wollt, dann gerne unten in die Kommentare gerne eine eurer Thesen, denn es wird auf jeden Fall ein Teil 2 geben bzw. ein weiteres Video, denn es kamen einige Thesen rein und ich konnte hier jetzt nicht alle mit reinnehmen, aber wir haben sieben schöne Thesen. Die anderen, die ihr mir geschrieben habt, habe ich mir auch aufgeschrieben, das heißt, die sind nicht verloren, waren nicht umsonst und wir starten gleich mal rein. Dazu auch noch ein Feedback von euch, das wird nämlich auch eine Neuerung, bisher habe ich einfach nur die Thesen vorgelesen. Jetzt lese ich auch immer den Namen vor, von wem die These kam. Wenn ihr das geiler findet, gerne mal auch unten reinschreiben, ob ihr sagt, yo, ist geil oder nicht. Lang genug ist Intro, ich weiß, es soll hier um die Thesen gehen, nicht um den anderen Kram, aber gehen wir rein hier. Und zwar, die erste These kam einmal, das sind die ersten drei aus Instagram, haben wir nämlich einmal von Nairolf und, da muss ich einmal kurz gucken, von d.ch-292 und zwar verlieren, beziehungsweise alle italienischen Teams verlieren ihre Finals. Und das ist eine sehr interessante These, denn wir haben natürlich Fiorentina, Roma und eben Inter Mailand im europäischen Finale für die italienische Liga natürlich unglaublich. Und jetzt die Frage, denke ich, dass alle drei Teams verlieren. Wir gehen das mal durch, Inter gegen City machen wir uns nichts vor, dass City der große Favorit und dass Inter das Ding verliert, ist nicht so unwahrscheinlich. Dann haben wir Fiorentina, West Ham und hier schon so ein 50-50-Ding, weil sind wahrscheinlich zwei Teams auf einem ähnlichen Niveau. West Ham wirklich mit keiner guten Saison, wenn man aber auch ehrlich ist, Fiorentina schon seit Jahren nicht überzeugend. Ist so ein schwankendes Ding und dann haben wir noch die Europa League. Jetzt könnte man natürlich eigentlich sagen, okay, Sevilla ist im Finale, Sevilla gewinnt das Ding auch. Aber man muss ganz klar sagen, Roma spielt die deutlich bessere Saison, Roma halte ich auch für das viel, viel stärkere Team. Sevilla hat viele, viele Probleme in dieser Saison und deswegen sage ich, Nein, die These wird nicht ausgehen, denn ich glaube auf jeden Fall, dass die Roma ihr Ding gewinnen wird. Bei Inter und Fiorentina bin ich mir unsicher, aber ich denke, eins dieser drei Teams holt am Ende den Titel für die Serie A und dementsprechend sage ich, dass die These nicht eintreten wird. Wir haben die zweite These aus Instagram und zwar eine Formel-1-These. Hückenberg steht in der Formel-1 am Ende der Saison vor Kevin Magnussen. Die These kam von Joshua-Wagner und dann noch ein paar Zahlen. Ich lasse die Zahlen jetzt mal weg. Auf jeden Fall kam einmal die These von ihm. Und zwar ist es ja momentan so, dass Hückenberg sechs Punkte gesammelt hat, eigentlich gut performt und Magnussen, der ja letztes Jahr durchaus sehr dominant Mick Schumacher gegenüber stand, im Team-Intern-Duell aktuell zwei Punkte hat. Hier ist natürlich so mein, also ich sage, die These trifft zu. Ich stimme dir auf jeden Fall zu, dass ich sage, Hückenberg wird mehr Punkte am Ende der Saison haben. Diese These könnte aber natürlich schnell durchbrochen werden, einfach wenn ein Chaos-Rennen entsteht. Das ist natürlich bei so Teams im unteren Mittelfeld oder ganz hinten eben sehr, sehr schwierig zu predikten, weil im richtigen Moment, wo einfach ein bisschen Chaos ist, da sind und dann kannst du halt einmal vielleicht zehn, elf, zwölf Punkte holen oder irgendwie so. Und dann hast du halt ganz schnell so ein Punktekontinent aufgebaut, dass du davon die ganze Saison zerren kannst. So ist es ja immer bei so ganz hinteren Teams. Aber wenn alles regulär auch läuft, denke ich, dass Hückenberg hier und da nochmal Punkte holen wird. Und Magnussen vielleicht auch noch vereinzelt, aber ich halte Hückenberg insgesamt doch für den besseren Fahrer und er wird sich am Ende durchsetzen. Wir haben dann die letzte These, die auf Instagram gestellt worden ist und zwar von 44.nxjh. Und zwar der BVB holt sich in den nächsten Jahren die Meisterschaft. Und das ist jetzt natürlich das Ding, wie definieren wir nächste Jahre? Und hier würde ich mal einfach nächste drei Jahre machen, Weil nächsten Jahren ist halt ein bisschen vage, deswegen mache ich mal die nächsten drei Jahre draus. Das ist noch so ein relativ mittelfristiger Zeitraum. Und hier würde ich sagen, nein. Ich glaube daran nicht. Ich glaube daran nicht, dass der BVB die nächsten drei Jahre den Titel holt. Bayern wird jetzt alles nochmal umstrukturieren. Ich glaube auch nicht, dass Bayern nochmal so eine scheiß Saison spielen wird. Und um ehrlich zu sein, der BVB hat es schon, wo Bayern unter Kovac gestruggelt hat, nicht ihn ausnutzen können. Und wo Bayern wirklich nicht gut war, unter Angelotti war der BVB nicht da. Jetzt war der BVB wieder nicht da und das war die größte Chance überhaupt. Du hattest jetzt ein Megatalent nach dem anderen, wie Harlan, Sancho, jetzt Bellingham, der nächste, der ja gehen wird. Und ganz ehrlich, man muss erstmal abwarten, ob zum Beispiel Julian Brandt überhaupt nochmal so eine Saison wiederholen kann und, und, und. Ich sage aber ganz ehrlich, die Bundesliga hätte den BVB als Meister gebraucht. Vielmehr brauchen sie eigentlich einen konstanten Konkurrenten wie Bayern. Aber dieser Überraschungsmoment haben sie nicht nutzen können. Und auch hier, ich wiederhole mich, aber der BVB war nicht im Meisterschaftskampf, weil sie stark genug waren oder aus eigener Kraft, sondern weil Bayern so scheiße war. Das heißt, wenn Bayern nicht nochmal so katastrophal wird, wird Dortmund gar nichts mit der Meisterschaft zu tun haben. Und das wahrscheinlich die nächsten Jahre. Also ich sage, die These geht nicht auf. Dann kommen wir jetzt zu den Thesen, die auf YouTube gestellt worden sind. Die erste These von AFC Talon Wiese. Und zwar, da weiß man ja, Dortmund-Fan auf jeden Fall. Der BVB wäre 2019 und 2023 mit Thomas Tochel Meister geworden. Und hier muss ich sagen, als ich die These gelesen habe, musste ich lange überlegen. Und ich dachte mir, wow, das ist eine interessante Frage. Und ich dachte mir die ganze Zeit, wären sie, wären sie nicht. Und ich sage aber, die These würde nicht eintreffen. Aus einem Grund. Denn wir müssen dann ja auch alles mitnehmen, was Thomas Tochel mitbringt. Ist er ein überragender Trainer? Ist er ein Trainer, der diese Situation schon anders als Terzic kennt? Auch diese Drucksituation und Co. Ist er auch Stand heute definitiv auch der bessere Trainer? Würde ich definitiv sagen, ja. Aber man darf eben nicht vergessen, mit Thomas Tochel holst du nicht nur den Trainer und nicht nur die Kompetenzen, sondern auch die Probleme, die ein Thomas Tochel verursacht. Und es gibt ja auch Gründe, warum man sich bei Dortmund von Tochel getrennt hat. Und wir gehen jetzt einfach mal von der Hypothek aus, dass Thomas Tochel einen unkündbaren Vertrag bis 2023 gehabt hätte. Dann würde ich behaupten, bei Dortmund würde ordentlich Chaos herrschen, ordentlich Gewitter. Ich glaube, mit dem Verantwortlichen würde er sich überhaupt nicht gut verstehen. Man würde ihm ungern Wünsche erfüllen. Du arbeitest einfach nicht gerne mit jemandem zusammen, mit dem du ihn nicht gut verstehst. Und deswegen würde ich sagen, nein, Dortmund hätte keine Titel geholt, weil es am Zwischenmenschlichen mit Thomas Tochel gescheitert wäre. Es hat halt auch seine Gründe so gut, Tochel auch als Trainer ist. Wieso er bei sehr, sehr vielen seiner Stationen ein bisschen verbrannte Erde hinterlässt, so ein bisschen wie Antonio Conte. Da gibt es auch keinerlei Zweifel, wie genial er als Trainer ist. Aber das sind so für mich die zwei schwierigsten Charaktere im Weltfußball. Klar kann man vielleicht noch Guardiola dazuzähnen, aber Guardiola, ich sage mal so, Guardiola kann es sich noch eher erlauben als die anderen beiden. Das muss man schon sagen, weil er da doch nochmal maximalen Erfolg hat. Und Tochel konnte, ich glaube, wenn ich mir vorstelle, ich wäre Sportdirektor, ich glaube, ich hätte die beiden nicht gerne als Trainer. Ich bin auch nur gespannt, wann es bei Bayern kracht. Aber das wird spannend. Gehen wir weiter zur nächsten These. Hier war jetzt ein kleiner Cut, weil ich meine eigene Schrift nicht lesen konnte. Die These kam auf jeden Fall von Sabia, 1-0, 1-7-0-1. Auf jeden Fall werden in den nächsten 15 Jahren Teams mit massiven Schulden pleite gehen. Und da waren in Klammern Barcelona, Real Madrid, also diese Big, Big, Big Teams. Jetzt nicht irgendwelche Hinterwäckler-Teams. Und zwar sage ich hier ganz klar, nein. Denn dieses mit, die werden pleite gehen, ist leider in Deutschland allgemein so, wie soll man sagen, Uli Hoeneß und Co. sagen wir es mal so, haben es gut geschafft, seit Ende der 90er oder Mitte der 90er den Leuten in Deutschland einzuflösen, wie scheiße doch Schulden sind, wie verheerend angeblich Schulden sind und, 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 und. Nur muss man halt verstehen, Fußballteams sind im kapitalistischen System. Du arbeitest im kapitalistischen System sehr, sehr viel mit Schulden. Jedes Unternehmen hat eigentlich Schulden. Und es ist ganz normal, dass Teams gewisse Schuldenberge haben. So riesig sie sich auch manchmal anhören. Wenn du die backen kannst, ist es nicht so schlimm. Das verstehen halt auch viele, sage ich mal, Casuals nicht, dass wenn dann ein Verein mit 20 Millionen Schulden plötzlich insolvent geht und verschwindet, während dann andere Teams 500 Millionen Schulden haben können und das aber gut handeln können. Das verstehen leider die wenigsten, weil, weil gute Propaganda, um es mal deutlich zu sagen, getrieben worden ist von Verantwortlichen, von Bayern und Co. vor allen Dingen. Und das muss man einfach verstehen. Real Madrid beispielsweise ist momentan finanziell, die ja auch in Klammern geschrieben worden sind, auf einem supergeilen Weg. Die reduzieren auch ihre Schulden gerade. Die sind eigentlich auf einem super sauberen Weg. Barcelona ist sicherlich ein kritisches Team, was man beeugen muss. Andererseits muss man auch hier sagen, dass der Background von Barca so riesig ist, dass sie das Ganze höchstwahrscheinlich stemmen können. Weiterhin auch, wenn sie schlaue Entscheidungen nach wie vor treffen. Das ist vielleicht so ein Ding, wo man vielleicht so ein bisschen das hinterfragen kann. Andererseits ist Barcelona so big, wenn es wirklich mal super schief läuft. Sie sind eigentlich einer der drei, vier, fünf größten Vereine überhaupt. Da wird irgendjemand schon sich finden, der das Ganze dann übernimmt. Der es natürlich dann auch gewinnbringend umdrehen will. Also kurz gesagt, nein, die These wird nicht eintreten. Da wird keiner dieser big, big Spender pleite gehen. Entweder haben sie schon einen sehr reichen Geldgeber im Hintergrund oder sie haben halt eben die Möglichkeiten, mit den Schulden easy zu handeln. Und man muss es wirklich aus den Köpfen kriegen, Schulden nicht gleich was Schlechtes. Aber das ist, glaube ich, allgemein in der deutschen Gesellschaft eher sowas, dass immer nur Sparen gut ist. Nicht investieren oder Schulden aufbauen und Co. Wobei im privaten Sektor das natürlich noch was anderes ist. Ich habe übrigens auch keine Schulden. Gott sei Dank, weil ich halt davon auch nicht viel. Da bin ich auch sehr deutsch, muss ich sagen. Niemals Schulden, lieber Sparen als Schulden machen. Aber das kann man halt in so einem Business nicht einbeziehen. Das wollte ich eigentlich nur sagen. Kommen wir zur nächsten These, zur vorletzten. Und zwar von Peter Peter. Ronaldos Karriere wäre erfolgreicher verlaufen, wenn er nicht von Real Madrid gewechselt wäre. Und im ersten Moment, wo ich das gelesen habe, dachte ich, ja, safe. Da habe ich aber überlegt, wäre sie wirklich erfolgreicher gelaufen? Weil wenn man ehrlich ist, Real Madrid, wo er ging, er ging schon am Zenit. Das muss man schon sagen. Auch dieser letzte Champions-League-Titel mit Real Madrid war ja kein so dominantes Real Madrid, dass man sagt, yo, das ist jetzt Real Madrid, die komplett dominieren. Das war schon eher so, okay, Real Madrid dreimal hintereinander, die Champions League, sehr krass. Aber es war jetzt nicht, dass du dachtest, Real Madrid dominiert gerade. Wirklich krass. Und ich würde tatsächlich nach längerem Überlegen sagen, er hat mit dem Wechsel, na, es ist schwierig. Die Frage ist halt, wie definieren wir jetzt erfolgreicher? Wenn man mal guckt, Real Madrid hat in den Jahren danach irgendwann natürlich nochmal die Champions League gewonnen. Aber hier muss man sagen, ich behaupte jetzt mal ganz stark, mit Ronaldo gewinnen sie 2022 nicht die Champions League. Weil dann hast du keinen Benzema, der so aufgeblüht ist die Jahre zuvor. Und kein Vinicius Junior, der da auf der linken Seite Platz gehabt hätte für eben Ronaldo. Beziehungsweise, dann wäre halt Ronaldo dort. Deswegen behaupte ich, Real Madrid wird auf gar keinen Fall Champions League-Sieger mit Ronaldo in der Form 2022. Man muss auch sagen, Ronaldos Karriere ging danach so ein bisschen bergab. Wobei es auch relativ, er hat zwei Titel mit Juve Gold, National, noch Pokale. Er ist auch zweimal Spieler der Saison geworden, Torschützenkönig. Deswegen ist es eine Frage von Definition. Was gewichtet man jetzt mehr? Ich würde jetzt einfach mal die These beneinen. Wobei hier halt die Definitionssache ist. Einerseits, wenn man jetzt auf seine Karriere guckt, kann man sagen, er hat nochmal in der Liga Torschützenkönig geworden. Nochmal in der Liga zwei Titel geholt. Nochmal in der Liga zweimal Spieler der Saison geworden. Sich nochmal in der dritten Top-Liga bewiesen. Ist er nochmal so ein Add-on zu seiner Karriere? Bei Real Madrid hätte er noch mehr erreichen können. Er wäre ja noch krasser gewesen. Ich glaube nicht, um ehrlich zu sein. Ich glaube es nicht. Wobei, ich sage so, Jein, vielleicht hätte er noch einen Ticken länger sein Ende, also seine Prime gehabt vielleicht. Noch einen Ticken besser, weil er dann ein funktionierendes System gehabt hätte. Andererseits, das muss ich sagen, das ist so ein ganz kleines Jein. Weil Ronaldo ist halt irgendwann einfach dann gewesen, vom Alltag her, was ja normal ist. Und ich glaube für Real Madrid besser war es, dass er gegangen ist. Das muss man ganz klar sagen. Deswegen eine These, wo ich so am Schwanken bin, wo ich mich jetzt am Ende ganz entscheiden müsste, würde ich einfach mal sagen. Ja, er wäre vielleicht ein Ticken erfolgreicher gewesen, aber nicht viel erfolgreicher. Dann kommen wir zur nächsten These und das ist die letzte für dieses Video und zwar von Nemo Sam. Und zwar, die bezieht sich auf Union Berlin. Und zwar, Union Berlin denkt, sie wären ein Big City Club, nachdem Hertha abgestiegen ist. Machen so gesehen die gleichen Fehler wie Hertha BSC und werden dann in den nächsten fünf Jahren absteigen. Auch eine sehr interessante These, muss ich sagen. Denn momentan ist ja Union Berlin so eine Erfolgsgeschichte, wo ich aber tatsächlich immer drauf gucke. Und hier muss man leider sagen, das ist das Problem der Bundesliga. Du hast halt die ganze Zeit diese kleinen Gefolgsgeschichten, die dann rapide abstürzen. Nehmen wir den VfL Wolfsburg 2009 Meisterschaft und danach weg vom Fenster, mehr oder weniger. Nehmen wir den VfB Stuttgart 2007 Meisterschaft, danach mehr oder weniger weg vom Fenster. Nehmen wir Schalke, die vor nicht allzu langer Zeit immerhin ihre beste Rückrunde der Vereinsgeschichte haben und dann wieder weg vom Fenster. Nehmen wir Frankfurt, ey, sie gewinnen die Europa, die kamen ein, zwei geile Songs. Stürzen wir da so ein bisschen ab und spielen keine geile Ligasaison. Nehmen wir Gladbach. Boah, unglaublich, was die da aufgebaut haben mit Erbel und Co. Richtig geil. Gladbach vielleicht die klare vierte Kraft in der Bundesliga, zwei Jahre und ciao. Das ist halt das große Problem der Bundesliga. Du hast halt keine Konstanze. Du hast halt zumindest alles, was nach dem BVB und Leipzig kommt und natürlich Bayern. Du hast halt eigentlich Bayern auf der 1, 2 BVB, Leipzig und der Rest spielt halt ganz so ein bisschen Pingpong. Nehmen wir Hoffenheim ein Jahr Champions League, danach spielen sie zwei Jahre um den Abstieg. Dann sind wir wieder in der Europa League, dann spielen sie wieder um den Abstieg. Es ist halt das pure Chaos da hinten. Und deswegen sage ich ganz ehrlich, das ist ein Szenario, wo ich jetzt einfach mal mitgehe. Ich gehe jetzt einfach mal mit, dass Union Berlin zumindest nicht, wobei, wie härter sich verhalten, ich glaube, dafür arbeitet Union schon zu souverän. Andererseits, dieser E-Score-Transfer hätte vielleicht schon so ein bisschen dieses, ey, wir wollen doch größer sein. Weißt du was, ich gehe mal mit mit der These. Ich sage, Union Berlin steigt in den nächsten fünf Jahren wieder ab. Ich gehe mal mit mit der These. Ich finde die super interessant. Es würde mich auf jeden Fall überhaupt nicht wundern. Es ist natürlich aus heutiger Sicht ein Hot Take, wo man sich denkt, yo, Union Berlin macht so eine gute Arbeit. Was laberst du da? Melonche, was ist denn mit dir? Aber ich finde die These super. Ich finde es interessant auch einfach. Und ich kann es mir gut ausmalen, dass wir hier in drei, vier Jahren sitzen und dann sagen, ey, Union Berlin ist abgestiegen. Was ist eigentlich mit denen passiert? Das würde mich nicht wundern, um ehrlich zu sein. Aber gut, für alle Union Berlin Fans, ich hoffe natürlich, es passiert nicht. Und ja, Leute, das war auf jeden Fall eine weitere Folge Community Thesen. Ich danke euch natürlich, denn ohne euch wäre das Ganze hier nicht möglich. Ich finde das immer super nice, einfach mal über so ganz viele Szenarien, die man selber nicht im Kopf hat, nachzudenken. Zu gucken, okay, denke ich, das passiert oder nicht. Fetten Dank an euch. Nächstes Community Thesen Video wird nicht allzu lange auf sich warten lassen. Da habe ich ja schon einige Thesen, wie ich schon am Anfang des Videos meinte. Wenn ihr auch Bock habt, an diesem Video teilzunehmen, am besten auf Instagram folgen. Da werde ich nämlich auch immer mal wieder fragen. Oder ansonsten auch hier runter in diesem Video eure These. Euer Veloche meldet sich ab und bye, bye.